Hätte ich Ihre Bücher doch schon früher gelesen? Oder hätte ich sie doch eher kennengelernt? Das erzählen mir verzweifelte Schuldner immer wieder, wenn der Gerichtsvollzieher seinen unangenehmen Besuch angekündigt hat. Und diese armen Opfer erhoffen sich immer nur dasselbe von mir. Ein effektives Patentrezept. Quasi einen todsicheren Befreiungsschlag gegen die drohende Pfändung. Ich selbst kann zwar auch keine Wunder vollbringen, aber ich kann Ihnen ganz genau sagen, wie Sie angesichts einer drohenden Zwangsvollstreckung und Erpfändung dem wirtschaftlichen Tod noch zuverlässig von der Schippe hüpfen können. Lassen Sie sich helfen von meinem Online-Seminar Zwangsvollstreckungs-TV. Lassen Sie sich nicht von der nackten Existenzangst lähmen. Holen Sie sich lieber blitzschnelle Hilfe, mit der Sie die mörderische Zwangsvollstreckungsmaschinerie garantiert so sicher stoppen können, wie die Notbremse einen rollenden D-Zug zuverlässig zum Stehen bringt. Denken Sie daran, auch Ihnen stehen Rechte zu, wie etwa das Recht auf Lebensqualität. Um diese Rechte müssen Sie kämpfen. Und Sie können auch darum kämpfen. Mit ganz hohen Siegesaussichten. Lassen Sie sich von meinem Zwangsvollstreckungs-TV Schritt für Schritt zeigen, wie Sie beispielsweise eine drohende Fändung zum Platzen bringen können, legal und zuverlässig. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolksonline.de Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher Schritt für Schritt